Und dann Moinsen zum Vorbericht vom Heimspiel gegen den FC Augsburg. Auswärtsfahrt zum BVB. Erstmal großer Respekt an jeden, der nach Dortmund gefahren ist. 7.500 Auswärtsfans waren es dort für eine 0 zu 5 Klatsche und es sind nicht alle reingekommen. Darum soll es jetzt hier in den Punkt gehen. Rund 300 VfB-Fans durfte nicht ins Stadion, wurden von der Polizei aufgehalten. Sind scheinbar irgendwie irgendwo unangemeldet als größere Gruppe eben zum Stadion gelaufen, wurden dann aufgehalten. Und ja, sogenannte Passivbewaffnung wurde sichergestellt, Vermummungsgegenstände wie Sturmhauben und auch Handschuhe. Viele, gerade auf Twitter, Social Media halten das für lächerlich, weil auch Themen wie Mundschutz und sowas ja genannt wurden, die jetzt ja nicht direkt irgendeine Aggression oder irgendeine Bewaffnung darstellen. Allerdings, natürlich muss man auch die Richtung sehen, es gibt keinen Anlass, sich im Stadion zu vermummen, Nummer 1. Nummer 2, die Handschuhe oder sowas, können wir natürlich auch so interpretieren, dass eben dann zum Beispiel Pyros geplant waren oder sowas. Sowas in die Richtung muss man eben bedenken, dass die Polizei da eben so guckt. Allerdings, andererseits natürlich auch die Kehrseite, es wurden auch schon oft genug Fans von der Polizei, ich sag mal, sehr vorverurteilt, festgehalten und unnötig festgehalten. Auch manchmal mit übertriebenen Maßnahmen. Auch die BVB-Fans unterstützen das Ganze, so ein bisschen Kontra-Polizei, sag ich mal, mit dem Banner, wer morgens zum Spielort fährt, dem wird das Stadion verwehrt. Unerwartet, oder? Ich will gar nicht groß auf die Klatsche eingehen beim BVB, diese Defensivkatastrophe. Man war da von Anfang an nicht anwesend, nicht da, nicht in den Zweikämpfen, hat Räume gelassen. Wieder mal schnelles Gegentor, 90 Sekunden waren es diesmal und eben am Ende des Tages komplett aufs Maul bekommen. Um 5 zu 0, wie gesagt, wir haben die Siege alle nicht überbewertet. Bochum, letzter in der Liga gewesen, oder, ja, sind sie jetzt nicht mal, aber sie waren letzter. Bielefeld, letzter in der zweiten Liga gewesen. Sollte aber eigentlich trotzdem eine gute Stimmung verschaffen, hat aber zu einer absoluten Nullreaktion in Dortmund geführt. Diese Mannschaft hat eindeutig ein Problem, sei es Mentalität, sei es was auch immer. Ein komplettes Hoch und Runter, auch schon seit der letzten Saison, keine Konstanz, mal gut, mal schlecht, auch gegnerabhängig. Es ist völlig wild, vielleicht haben sie sich wieder zu sicher gefühlt nach den zwei Siegen. Keine Ahnung, waren wir alle zu optimistisch nach den zwei Siegen, hat er sich durchaus vielleicht ein Punktchen erhofft in Dortmund. Und dann eben auch diese Sprüche immer nach dem Spiel, die offiziell in den Statements sind und sowas, nach dem Motto, zumal in der Vorbereitung auf die Partie nichts auf einen solchen Verlauf hingedeutet hatte. Das kommt jedes Mal, wenn du dann so unerwartet aufs Maul bekommst oder wenn du eine schlechte Leistung bringst, nachdem du die Woche davor eigentlich ganz gut warst. Und das unterstreicht einfach nochmal, diese Truppe hat ein Problem. Okay, Chaos in Cannstatt. Ich habe es auch in so einer Art Brainstorming-Real-Talk gesagt gehabt, das in einem Video festgehalten. Nach der Klatsche gegen BVB gerne nochmal abchecken, das Ding wurde auch einen Tacken länger. Kurz zusammengefasst, muss ich auch aktuell sagen, dass ich nicht mehr dran glaube, dass Missend hat bei uns verlängert. Diese ganze Trainer-Thematik, die man dann nach hinten verschiebt, war Thema. Und das eben auch trotz dessen, dass ja alle immer sagen, oder was heißt alle, Werle und Missend hat immer beteuern, sie würden doch gerne verlängern wollen und sowas. Sie tun es aber nicht. Sie tun es einfach nicht, sie schieben es nach hinten, wenn sie es unbedingt verlängern, wenn sie es so gerne verlängern würden, hätten sie es schon längst getan, sagen wir es mal so. Auch dann wird es witzig, weil dann ist Matarazzo raus und Missend hat raus innerhalb von ein paar Wochen. Das sind die Personifikationen der letzten drei Jahre vom VfB, vom neuen alten Weg der Jungen Wilden, beide raus. Beide Sympathiefiguren, auch Missend hat nochmal gezeigt beim Pokal hier, schöne Szene mit dem Gang zu den Rollstuhlfahrern, sehr schöne Aktionen. Und ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, wir sind wieder im Herbst 2020. Wir machen gerade ein Flashback zurück in den Stand von vor zwei Jahren quasi. Wieder interne Kämpfe beim VfB und irgendwann kommt dann eben der Knall. Der große Unterschied damals waren es Geisterspiele. Jetzt kommt oder könnte kommen eben auch die Reaktion eines vollen Stadions, einer vollen Kurve kommen, die ihre Meinung äußern zu den ganzen Thematiken. Und selbst so Szenarien, ich halte beim VfB nichts mehr für ausgeschlossen. Ich halte auch so Szenarien nicht mehr ausgeschlossen, dass du eben, weil es auch zeitlich zusammenläuft, habe ich auch im Video gesagt, dass du eben vielleicht doch tatsächlich den Trainer nicht geholt hast, keinen Trainer geholt hast, weil du eh weißt, ey, im November, ähnlicher Zeitpunkt, quatschen wir bei und gucken nach der Verlängerung, Missend hat und werle. Und da eh schon ein bisschen feststeht, das passiert nicht. Und dann braucht Missend hat, wenn er dann, gut, wenn er bis, wenn er im Sommer raus ist und nicht verlängert, dann kann er auch, würde er auch schon im November gehen, gehe ich mal davon aus, sollte es so kommen. Und dann, ja, können sie auch sagen, November sagt man, wir verlängern nicht und dann braucht ein Missend hat, der dann weg ist, keinen Trainer holen, deswegen haben wir bisher noch keinen neuen Trainer geholt. Die Interpretation ist durchaus drin und dann könnte eben werle wirklich so wilde Dinger tun, wie einen Held zu holen, einen Löw zu holen, weil der nächste Weltmeister nach Khedira und Lahm, Löw auch wieder Interesse am Trainerjob, hat uns ja abgesagt, aber eben nur als Berater, wurde es ja berichtet, hat Interesse am Trainerjob, das eben auch wieder nach der WM erst, da passt der Zeitraum auch wieder optimal. Also das ist alles sehr, sehr schwierig und während dem Skripten hier von dem Vorbericht kam auch ein Artikel vom VfB, ein kurzes Interview mit Werle, wo sie ein bisschen versucht haben, auf diese Themen einzugehen. Ist halt, ja, 99% Standardgeschwätz, ein bisschen interessant finde ich das Ende, nämlich dass eben Entscheidungen im Fußball an Ergebnissen gemessen werden, was ja nicht falsch ist, dass man eben die besten Argumente auf den Platz liefert und ja, das geht schon in die Richtung, weil die Ergebnisse zum Beispiel hatten Missend hat ja aktuell nicht für sich sprechend, wenn sie in die Verlängerungsgespräche gehen. Vertagungen, weil es geht ja nicht nur um Missend hat und wer nicht nur um die Verlängerung von dem Vertrag, sondern in diesem Verein wird alles aufgeschoben. Alles wird aktuell vertagt, alles nach hinten geschoben, haben wir den schönen Tweet hier rausgesucht, mit dem ja auch ein VfB kritisiert wird, beispielsweise jetzt gleich der erste Punkt, der in dem Tweet kommt, von dem man ja auch aktuell zur Lage absolut nie irgendwas hört, auch ein schwieriges Signal, aber hier ist der Tweet, Investorengewinnung, vertagt. Aufgabenprofil Gentner, vertagt. Aufgabenprofil Lahm, vertagt. Aufgabenprofil Khedira, vertagt. Sportdirektorenentscheidung, vertagt. Trainerentscheidung, vertagt. Und eben auch der letzte Punkt, auch nicht falsch, Zukunft des VfB in der ersten Bundesliga ist auch bisher vertagt. Meinungsmache. Es gibt nämlich ein Comeback, das nur zu gut zu dieser aktuellen Lage passt. Die Facebook-Gruppe und auch eine Webseite gibt es. Fokus VfB ist zurück. Nochmal kurz der Recap, das sind die, wo wir es vorhin hatten, Jahr 2020 zurück, Datenaffäre, das sind die, die damals beispielsweise in Person von Schlittenhardt Mitgliederdaten von VfB bekommen haben, um eben dann auf Facebook in der Gruppe für die Ausgliederung zu werben. Guerillamarketing, und da hat der am Ende auch funktioniert, Ausgliederung kam. Und die sind jetzt zurück. Der erste Artikel von Schlittenhardt war auch direkt komplett kontra Misslind hat, oder kontra, was da gerade so sportlich passiert im Club. Spiel natürlich auch denen im Verein in die Karten, die, so wie es rüberkommt, ihn durchaus gerne absägen, Wölten, Misslind hat. Super Timing auch, wie gesagt, letzter Artikel von denen, auch letzter Facebook-Post von denen war im September 2020, also genau die Phase, wo eben dann die Datenaffäre so langsam kam, die langsame Aufklärung kam, seitdem war da Ruhe. Jetzt sind sie auch zurück. Super Timing, das brauchen wir auch natürlich total. Das hilft uns total gerade, um irgendwie noch ein bisschen Quäntchen Ruhe im Club zu behalten. Hilft total natürlich. Logischerweise Ironie. Auch Holger Bartschuber, witzigerweise, hat einen Blog-Eintrag zum VfB geschrieben, da muss man auch sagen, der ist inhaltlich vollkommen okay. Da habe ich jetzt nicht groß was auszusetzen. Ansetzungen. Wir haben im Sonntag gestreamt gehabt, auf die Pokalauslosung reagiert. Achtlich von allen wurde ausgelost. Wir haben auswärts Paderborn bekommen. Das wurde auch jetzt terminiert. Wir beginnen die Pokalrunde. Dienstag, 31. Januar, Anpfiff um 18 Uhr, weil eben irgendwie da auch mit dem Stadion was ist, dass wir eben nicht den späteren Anpfiff haben können, wegen Uhrzeit und sowas. Deswegen müssen wir einen frühen Anpfiff haben, leider. Bundesliga wurden auch die Spieltage 17 bis 19 zeitlich festgelegt zum Hinrundenende. Spieltag 17 geht es dienstags abends, dienstagabends nach Hoffenheim. In derselben Woche Freitagabend nach Leipzig. Prickelnde Woche, zweimal späte Anstöße, zweimal so ganz tolle Klubs, sage ich einfach mal. Und noch Spieltag 19, das erste Rückrunde in Heimspiel. Dann ist Sonntagmittag gegen Bremen. Wimmer-Ansage, weil auf der PK gestern wieder ein Beispiel von, ich sage mal, grandioser Abstimmung und Kommunikation im Verein. Vielleicht interpretiere ich das auch zu krass, aber die Wimmer-Aussage war grob, er will beim VfB-Chef-Trainer werden. Die Möglichkeit hat er ja auch, ist ja einer der drei Kandidaten scheinbar. Würde ihn auch freuen, das zu schaffen. Aber wenn er es nicht schafft, dann will er woanders Chef-Trainer werden. Und da ist jetzt die Frage, ob er meint, wenn er es nicht wird, dann ist er hier raus. Oder ob er damit meint, irgendwann gerne mal. Ich sage jetzt einfach mal, dass er dann raus wäre wahrscheinlich, wenn er es nicht schafft hier. Und eben, dass das dem widerspricht, was letzten Wochen gesagt wurde. Und Bisschen hat immer gesagt, wir wollen Wimmer, auch wenn er da ist, ihn als Co-Trainer behalten, so ein bisschen eine Konstanz haben, wenigstens auf dem Co-Trainer. Posner ist einer da, der immer da war und den Verein kennt ihn alles. Und da passen eben die Aussagen mal gar nicht zusammen. Scheinbar braucht Wimmer laut Berichten zwei Siege aus den vier Spielen, um gute Chancen zu haben, dass er eben auch über den Winter hinaus unser Trainer bleibt. Im positivsten Sinn ist der Spruch von ihm, dass er hier Chef-Trainer werden will und sonst quasi woanders Chef-Trainer sein möchte. Natürlich auch ein eigen kreierter Ansporn von Wimmer für Wimmer selbst. Im positivsten Sinn. Dann auch noch interessant, auch durch die Medien durchgekommene Aussage von einem VfB-Spieler, der nicht genannt wurde namentlich, aber der wohl nicht regelmäßig gespielt hat, aber trotzdem gerne an Rino hätte festgehalten. Die Aussage da ist in die Richtung, dass es gut sein kann, dass man sich den Trainer, also Matarazzo, so schneller zurücksehend, als es ihnen recht ist, als es uns recht ist, ist die Aussage vom Spieler. Bestätige einfach nur alles, die gesamte Trainerphase, Trainersuche, bestätige mich komplett darin, dass ich einfach kein gutes Gefühl hatte von Beginn an bei dieser Entlassung. Man kann ja auch immer noch argumentieren, dass man auch ihn halten hätte können, dass es diese letzten drei Spiele genauso auch unter Matarazzo hätten passieren können. Siege, Bochum, Bielefeld und Niederlage in Dortmund halte ich nicht für unrealistisch. Wie gesagt, ohne da jetzt groß reinzugehen, gerne ins andere Video angucken, aber Wimmer ist ja auch nur Co-Trainer von Matarazzo. Da ist immer noch viel Matarazzo dabei in dieser Truppe, im Spielstil und allem. Hatte auch schnell das Gefühl, dass wenn sie den entlassen, ich durchaus schiss habe von der drei-Trainersaison. Da muss ich sagen, eher im Sinne von, dass man jetzt einen Trainer holt, der nicht funktioniert, und irgendwann im April nochmal einen neuen Trainer holen muss. Aber jetzt haben wir die drei-Trainersaison ja jetzt schon, weil Wimmer macht ja jetzt in Summe dann sieben Spiele bis zum Winter. So viele haben manche richtig geholte, neu angestellte Trainer nicht gemacht, bei uns oder bei anderen Vereinen. Deswegen, danach kommt dann vielleicht ein neuer Trainer oder Wimmer bleibt es eben. Aber die Chance ist recht hoch, dass sie tatsächlich diese drei-Trainersaison bekommen. FC Augsburg, die Unabsteigbaren, sage ich mal, kommen zu, ja auch von manchen genannten, Schwabenduell. Ich würde auf den Begriff irgendwie ein bisschen verzichten wollen. Seit dem Ausstieg 2010-2011 fast immer in Abstiegskampfkandidaten. Auch viele tippen sie Jahr für Jahr runter. Aber es passiert nicht. Sie halten sich immer drin. Haben wir hier rausgeschrieben, wo sie gelandet sind. 14, also von 10-11 bis jetzt aktuell. 14.15.8.5.12.13.12.15.15.15.13.14. Die halten sich immer drin. Dieses Jahr aber wirklich spielen eine gute Saison. Gute Saison unter neuem Trainer Enrico Maaßen. Ein ekliger, harter Zweikampffußball. Diszipliniert und vorne eben auch einfach eiskalt. Bisschen auch dieser Unions-Style einfach. Sind auch, glaube ich, mit die effektivste Mannschaft, eigentlich sogar die effektivste Mannschaft der Liga. Etwas, von dem wir als VfB-Fans nur träumen können seit Jahren, dass man mal in den Effizienzstatistiken ein bisschen nach oben kommt. Dementsprechend auch in der Tabelle gut dabei. Platz 12 mit 14 Punkten. Das sind sechs Punkte mehr, als wir aktuell auf dem Konto haben. Heimsieg gegen die Bayern gefeilt und sowas. Hat auch so Big Points geholt, die man eben nicht erwarten würde, aber die eben am Ende wichtig werden könnten. Gefahr mit Berisha und Dimirovic vorne drin. Gikiewicz-Torwart wird wohl noch nicht wieder fit sein für Samstag. Und für mehr Infos natürlich gerne den Talk mit Dennis1907 abchecken, der bei mir online gegangen ist. Und auch bei ihm ist ein Video online. Aufstellung. Die PK-Aussagen kurz und knackig. Schock ist zurück. Wagner Mann auch wieder auf dem Platz. Da haben wir noch keine Optionen für den Kader. Stenzel und Mio sind fraglich. Bei Stenzel, krepaler Effekt und bei Mio muskuläre Probleme am hinteren Oberschenkel. Sonst will ich einfach, dass sich was defensiv ändert. Ich will jetzt nicht irgendwie blank in irgendeinen, keine Ahnung, Aktionismus verfallen. Aber ich hätte es auch schon vor dem Dortmund-Spieler gerne so gehabt, wie wir es im Pokal gespielt haben. Einmal ein bisschen Rotation, ein bisschen Leute, die eigentlich immer Stamm spielen, auch wenn nicht viel mehr rumkommt aktuell da hinten. Deswegen Änderungen. Ich bin großer Fan von Ito. Deswegen will ich, dass der reinkommt für Zagadou. Und dazu muss auch mal Anton raus da in der Mitte. Nicht der einzige Schwache in Dortmund. Beileibe nicht. Aber der Mann hat 15% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist der schlechteste auf dem Platz in der Statistik. Von 13 Zweikämpfen zwei gewonnen. Der braucht mal eine Pause. Der muss mal raus. Wir brauchen Körpereinsatz und Kampf auf dem Platz gegen Augsburg. So stelle ich auch die Aufstellung hin. Lass mal Stenzel und Mio draußen, wenn sie fraglich sind. Kann natürlich sein, dass die beiden noch fit werden. Wäre zum Beispiel auch Mio vor allem eine Option für die Startelf. Bei mir jetzt aber Müller, Dinos, Karasso, Ito hinten drin. Silas, Endo, Sosa. Dann schön brockig, hart. Nathai, Ahamada. Und vorne dann führe ich so ein bisschen hinter Gerasi. Prognose. Wir müssen wach sein. Wir müssen körperlich und defensiv anwesend sein gegen Augsburg. Augsburg ist gut drauf. Man weiß, was die auf den Platz bringen. Und die wissen eben auch selber, was sie auf den Platz bringen können. Bei uns weiß man es eben nicht. Das ist so, wir waren eiskalt. Wir waren anwesend, seriös runtergespielt gegen Bochum und Bielefeld. Da wieder jammerhaft in Dortmund. Alles drei nicht überzubewerten. Einmal im negativen, einmal im positiven Sinn für uns quasi. Weil Dortmund ist auch nicht unser Gradmesser. Das wird unser Gradmesser. Das sind die Teams, die Kategorie an Teams, die du schlagen musst. Gerade in Heimspielen, wenn du drinbleiben willst. Das ist Augsburg. Deswegen ist auch ordentlich, ordentlich Druck drauf. Bei der nächsten Woche fährst du aus nach Gladbach. Das wird alles andere als einfach. Tabellarisch unten alles so dermaßen eng beieinander. Da wird sich an jedem Spieltag irgendwas ändern da unten. Deswegen, er muss abgeliefert werden. Dann ist auch generell wieder ein bisschen mehr Ruhe erstmal drin. Da der Werder, wie gesagt, nicht unrecht. Ergebnisse sind Nummer eins im Fußball. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht so ganz das Gefühl, dass wir das packen. Also im Sinne von, dass wir uns da abkämpfen werden, abrackern werden gegen Augsburg. Aber eben nicht so entscheidend uns durchbeißen können. Und eben einfach an dem Punkt hängen bleiben. Dass es eben unschieden würden, wir eben nicht diesen Sieg hinbekommen gegen Augsburg. Ich muss es aber hoffen. Natürlich auch wieder im Stadion, klare Geschichte. Hoffnung auch darin, dass die letzten Ergebnisse gut waren gegen Augsburg. In den Heimspielen, die Klatschen und Schlimmelspiele waren meistens eher in Augsburg. Ausverkaufte Hütte, es wird extrem wichtig werden, wer da das 1 zu 0 macht. Die Anfangsphase könnte sehr, sehr wild werden von beiden Seiten. Bei der Abwehr rein an Probleme. Dafür ist der Sturm gerade gar nicht verkehrt in beiden Abteilungen. Deswegen hohes Spiel, 3 zu 2 Heimsieg wie letztes Jahr. Nicht vom Spielverlauf her, da sind wir ja damals in den Rückstand gegangen, mussten es drehen. Kann natürlich auch passieren. Aber ich tippe auf ein hohes Ergebnis. 3 zu 2 Heimsieg. Community Tab habt ihr am Start für die Abstimmung. Ab in den Kommentaren mit eurer Meinung. Und Achtung, es wird warm. Wir sind zwar kurz vor November, aber trotzdem sind 23 Grad angesagt für Samstag. Und dann ist hier wie immer noch der gesamte Spieltag getippt. Wird sehr, sehr wichtig. Es führt für uns eigentlich wirklich keinen Weg an diesen drei Punkten vorbei. Ich hoffe sehr, dass wir da morgen nicht enttäuscht werden. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020